ARD Text im Auftrag von Funk 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 Geil. Ich gebe meinen Mittelfinger nach oben. Mittelfinger. Dann glaube ich einfach, dass ich die Gegend. Ja, genau. Wenn ich bei einem Bula hin und her schaue. Springen wir hier hoch, bitte. Habe ich es doch gewusst. Okay, wir speichern mal eben kurz. Wir sind immer noch im Erdgeschoss. Wäre dir das gedacht? Du? Ja. Ich habe direkt auch gestoßen in der Wand. Ding irgendwie an der Wand. Aha. Ja. Das werden wir auch gleich machen. Nein, wir werden gleich lang gehen. Lachbohne? Lachbohne. Geil. Wie kriegen wir das noch hin? Oh. 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 Ich habe was angezündet. Was gibt es heute zu essen? Was gibt es zu essen? Das ist bei mir immer sehr wichtig. Super. Kartoffelsuppe? Beste Suppe überhaupt. Oder Linsen. Linsen geht auch. Was ist dein Lieblingssuppe? Höhnersuppe. Oder Tomaten? Ja, ich bin... Höhnersuppe geht auch voll klar, ey. Ja. Ja. Oh, ist kaputt. Ja, wie siehst du? Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich blöde Kuh, ey. Und diese Musik, ey. Ja. Sicher. Thriller-Musik, ey. Ja. Voll die Thriller-Musik hier. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Du warst nicht der Lachboden. Ich finde das gut. Und das sind die, die wir brauchen? Ja, das sind die, die wir brauchen. Und danach werden wir, wenn wir wieder in Bohnenburg sind. Hau mich. Ach ja, genau. Ich muss dich hauen. Ich war kurz abgelenkt. Ich kann dir noch nicht mit meinen Gedanken herausholen. Warum nicht? Warten wir nicht. Ach, falsche Knöpfe. Aber auch über 20. Dieses Mal. Haben wir auch beim letzten Mal geschafft. Immer weiter. Und weiter. Immer weiter. Die Grenzen war schreiten. Wie Grenzen? Nein. Entschuldigung. Ich vermute, dass ich das nicht ausnahmsweise mal vermasselt habe. Hey. Du hast ja das meiste Spielziefer vermasselt, ey. Da müssen wir auch lange wieder zurückkommen. Naja, wir müssen wieder zurück. Ich muss diese, wir müssen die Superhauer aufblubbern lassen. Also sie blubbern auf jeden Fall schon mal. Ich bin da rein. Nee, wir müssen da hoch. Wir müssen da oben drauf. Hast du gehört, was der Meteorologe gesagt hat? Wenn so eine Superhauer anfängt zu blubbern und man dann einen Wind erzeugt. Da steht eine Windhose. So wie die hier. Und du weißt, was jetzt kommt? Wechsel bitte mit mir in den Platz. Wir gehen nach oben. Wir gehen einen Stockwerk höher. Aber erst mal. Ups. Erstmal haust du mich und ich hole eine Brunnen aus dem Boden. Ja. Und dann tausche ich mit mir wieder den Platz. Dann laufe ich wieder. Danke, Herr Meteorologe. Danke sehr. Und jetzt bämm. Du hast eine Pflicht auf mir. Jetzt darfst du sterben. Ja. I'm gonna do it, bro. I'm gonna do it. Dann denken sie so, wow, ist das gerade warm hinter mir. Ah, ich renne. Schleimgeister, weil sie ziemlich schwach sind, aber sie können sich leider auch vermehren. Es hat keinen Sinn, sie mit normalen Angriffen anzugreifen. Oh no, das habe ich geil gesehen, aber egal, ich greife sowieso als erster Hand. Oh, du stirbst. Er kommt doch nicht zu. Geh weg, Mann. Soll ich sagen, geh weg? Ja, stimmt, du blöde Kuh. Hier, ich hau dich. Hast du gesehen, ich habe dich gehauen? Was willst du dagegen tun? Hä? Oh Gott, wir müssen uns trennen. Was? Oh no. Du kommst nicht mehr zurück. Mein Bruder, Bruder. Vorsicht, davon geh ich nach. Hol sie dir. Ich schnapp mich noch nicht alleine. Von Ultran muss. Oh. Schnapp sie dir. Ich schnapp mich noch nicht alleine. Ich schnapp mich noch nicht alleine. Du hast es nicht geschafft, den Auszahlen. Na klar, wegrennen bin ich Weltmeister. Ja. Ich glaube, jetzt müssen wir wechseln. Glück, Start. Jetzt bin ich wieder dran. dann. Jetzt stelle ich mich die Gefahr. Oh man. Den schnapp ich mir. Da viel Spaß. ich hab ja auch die möglichkeit gegeben zu level ich habe diese haare abgefackelt ich glaube damit kriege ich keine erfahrungspunkte er hat einmal auf uns aufgestoßen dänischen darf ich mir urmensch du hast doch keine chance gegen mich außerdem habe ich eine viel bessere keule als du ich glaube das hat ihn beleidigt nein 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 den schnapp ich mir nicht jetzt ich muss immer umgucken und auf der anderen seite glaube ich ja also ich komme nicht mehr weiter da muss ich wohl so eine dinge finden ja guck mal nach ob du was finden ist ja schon nee ha 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 muss nur noch was gemacht werden man ja reingeh weg mein braver kannst du mich hören ob es für 1 2 3 ok ich kann weitergehen wechsel mit mir das fass besser machen dann musst du den fass hin warte gegen den schritt zurück wir haben da kommen ja 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 jetzt steigt auf das fass also ich habe damals direkt irgendwie unter mich nein der schwachsinn ok mein braver hierher zu kommen muss euch ziemlich viel willenskraft gekostet haben stimmt's hier ein kleines geschenk für euch beide trifft die erscheinenden blöcke mit hilfe von a und b um punkte zusammen wenn ihr 25 sekunden schafft öffne ich die türe ich bin adems b ja da hat sich noch geändert hat schon einfach passt nicht mehr schafft noch mal so weit ja ja nein schafft Was steht da unten auf dem Geld? Liebe Bartonkel, ist der gelbe Boden hier steigt hoch, wenn man ihn von unten anstößt. Wenn ihr den Rückstoß geschickt ausnutzt, dann... ...das findet ihr schon raus. Ne, du musst da drunter springen. Achso. Na, ich komm da gar nicht hoch. Ich glaub das geht noch gar nicht. Ich geh mal weiter. Kann doch nicht so lange mehr trennt sein. Wir sind doch weit aufgeschmissen. Ah. Weil sie müssen schon mal diese Kerzen hier anzünden. Ja, die Adventskerzen anzünden. Morgen ist halt der erste Adventser. Oh, morgen ist es schon wieder soweit? Ah, verstehe. Vielleicht schon der zweite. Ne, ich glaub der erste. Ich hab kein Zeitgefühl. Ah, es gibt keinen Weg zurück. Ähm, stell dich, äh... Okay, du musst springen. Nochmal. Danke. Danke mal, Barbara. Ich mach das schon. Wie komplex, man. Alter, die sind voll viel Gegner. Nein! Okay. Scheiße, oh mein Gott. Die schnappe ich mir. Die schnappe ich mir. Das ist ein echt cooler Witz, findest du nicht? Hahaha. Ja. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Hab ich dich gerade kalt erwischt? Hahaha. 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 Oh mein Gott. Der Zuckerwatte nach mir gespuckt, ey. Kann das warten? Ja. Ich werd ihn verbrennen. Für my brother. Moment, auch wenn er gar nicht da ist. Okay, Mario. Hat man davon so enthaupt. Ja. Aber so ein Echo und das durch den Templier. Ja. So, Hannes. Die Senfrisur ist nicht verbrannt. Was? Was zum? Toll, da ist jemand explodiert. Ja. Draußen. In deinem Ghetto-Bezirk. Mit dem brennenden Mülltonnen. Ja. Da hat irgendjemand eine Mülltonne in die Luft gejagt gefangen. Hahaha. Boah, wat wie? Sein Haar ist nicht verbrannt. Boah, ich will seine Friese verbrennen. Na bitte. Oh nee. Oh nein. Oh nein. Nein. Meine Männer. Haha. Okay. Ich weiß wohl. Guck mal runter. Da geht runter, ja. Ja. Was ist das? Das ist gruselig, ne? Ich kann weitergehen. Oh nein. Au. Wuhuhu. Was zum Teufel soll er? Ja. Ja. Okay. Dann gehe ich mal da runter. Ah. Ich muss dagegen springen, während du dann umherläufst. Ich verstehe schon. Warte, Achtung. Bereit? Ja. Du bist drin. Und und? Achso, da oben. Okay. Du verstehst? Ja. Ich verstehe. Ich verstehe. Komm mit mir, Bro. Komm mit mir, Bro. Püpp. Ah. Nein. Unmöglich. Ah. Da ist eine Brücke erschienen. Komm mal aus dem Fass raus. Oh. Da müssen wir ganz zum Anfang zurück, ne? Äh. Du musst... Äh. Ich muss auf jeden Fall weiter zurück. Ich muss wieder da durchgehen, ey. Oh. Oh Gott. Ich muss da wieder durchrennen, ey. Oh, schaffst du das schon. Was soll ich noch? Ja. Na komm. Ich bin schon wieder da. Hey. Was geht? Was geht? Lass mich vorgehen. Komm. Die schnappen wir uns. Oh Gott. Oh. Oh. Ich habe ihn erwischt. Deswegen ist gerade runtergekommen. Ja. Komm. Die schnappen wir uns. Was macht ihr jetzt? Ja. Was wollt ihr jetzt machen? Ja. Genau. Oh. 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 ich habe dich nicht gegriffen lange habe ich doch gesagt ich glaube hier war nichts mehr es ist für die bohne also du musst dann wieder den anderen weg gehen und dann komme ich dann von oben wieder her er musste so oder so wieder zurück ja warte ich komme aber nur für eine bohne gemacht es ist immer eine bohne aber die wochen nein wir brauchen nur lachbohnen aber wohl nach wohnen haben eigentlich sonst brauchen wir brauchen noch 3 nach dem herr alter das schicken kannst du das glauben ja ja ich dachte es mir so schnappen wir uns erstmal die hier kommt die schnappen wir uns auf die gesprung die schnappen wir uns weil du wolltest sie ja nicht alleine schnappen ja du bist ja im weglaufenden profi super krass zersebelt nein der brenner brenner in der hölle aber zu kappen schuss flipp flipp wusch das sieht irgendwie so aus das wird irgendwie so mit mir ergeben oh alter hast du das gesehen nicht mehr damit gerechnet dass ich noch reinfliege ich hätte ehrlich gesagt auch nicht gedacht dass ich das schaffe ey ich würde mal gerne wissen was passiert wenn ich zu lange wirbele ich will gleich mal ausprobieren ich will es ausprobieren ich mache es jetzt mal oh ich lasse irgendwann los ich lasse irgendwann los aber es sah verdammt cool aus und als ich dich geworfen habe aber wie so ein fisch war das ne ich meine mein vorhin vorhin mit dem top speed ey wenn ich mit speed abgeworfen habe äh nehmen wir mal ich will mehr verteidigung ja plus drei ist in ordnung dry oh no ja aha mein po du wirst mein bruder nicht angreifen ich wollte mal ein sirup geben äh ja super sirup ja ein super sirup bitte super sirup alter du hast sogar mehr bp als ich du hast 44 ich habe 43 das ist nicht akzeptabel ich habe ja schon die ganze zeit mit weniger werten rum als du das ist trotzdem nicht akzeptabel das ist illegal das ist illegal äh warte äh warte warte ich würde auch noch b drücken müssen ich weiß was da gemacht werden musste ah aber ich bin hingefallen dann stehe ich wieder auf dann stehe ich wieder auf und jetzt haust du ihn mit dem hammer hm nein nein der ist nicht tot so haut man jemand mit dem hammer er will 33 00 22313 öhhh was wie abstand aufbauen ja ja ohne jeder die tabule die tabule dass das erholen ist wie eine brunde das wissen wir doch alle hat also wenn man der besser wie kann das wagen los was ich dich um einen bitzen genau koste ihn mit einem ich wollte gerade sagen feuer aber du hast ja wie beide angreifen ein bisschen sprung wenn es gut ist dann machen die machen ich dachte ich muss da oben erst mal wie noch nicht so einfach nicht so geht es aber nicht stehe wieder auf mein bruder ja viele danke warum sprichst du denn nicht in diesem angriff der der schon fast da und den stamm wohnst nein zu früh noch ein bisschen warten müssen dann hätten wir unterbrochen b und a drücken müssen wie noch nicht tot also wollen wir springen wie zweimal angreifen also da werde ich mit doppelten bart abtüren die relativ wenig tolles machen ja schon der ex jetzt wieder zurückbekommen aber wie gut dass das hier jetzt nur zwei gegner sind und so karten vor zuckerwatte hatte ich mit zuckerwatte angegriffen wie viel minuten haben wir eigentlich 20 20 also okay dann würde ich mal sagen dann beenden wir an diese moment wenn wir jetzt mal den karten auf dem nächsten raum und nein wir werden uns nicht schon wieder trennen ja ich weiß mal was zu tun ist es war das nur ab ich weiß was zu tun ist also durch fest ja halt haltet eure unterhausen fest also ich weiß was du ja ich habe keine ahnung wo wir ihn müssen ich weiß wo wir ihn müssen würde party jetzt halt halt etwas länger meine güte so da speichern speichern witz tempel zweiter stock im einstock wir haben einen stock erreicht ja gut dann werden wir den part tschüss bis zum nächsten mal also und und ja und 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 Untertitelung des ZDF, 2020